Löffel 35. Unsicher, vom Menschen gesichert, wie in niedriger Identitätenanzahl. Überlebensspielrechtsklasse 2. Die Istanbul ist von einem dunklen Abgrund umgegeben, der vermieden werden sollte. Es ist ein riesiges Parkhaus der typischen warmen Lichtern, sowie farbigen grünen und blauen Lichtern, die etwas dampfig leuchten. Dieser Komplexe hat sechs Etagen, darunter ein Dach. Seltsamerweise ist dieses Löffel nicht unendlich und es gibt Wände entlang des Umfangs von der Größe eines typischen Parkplatzes. Selten kann ein Auto gesichtet werden. Das Betreten dieses Fahrzeugs führt zu unterschiedlichen Auswirkungen. Auszüge sind auf diesem Level üblich, sollten jedoch um jeden Preis vermieden werden. Wenn man sich ihnen nähert, fühlt sich der Komplex mit Autos. Wenn dies geschieht, ist das beste Vorgehensweise entweder durch den Ausgang zu gehen oder auf das nächste Level zu entkommen, indem man auf eines der Autos klettert und so schnell wie möglich über das Auto zu einer Treppe läuft. Das Vorbeifahren vor oder hinter einem Fahrzeug führt dazu, dass es schnell beschleunigt wird. Dieses Auto wurde bis zum Tod weiter angefahren und überfahren. Auswirkungen beim Betreten von Fahrzeugen Schwarzer 2015 Ford Fusion Kein Effekt, Krankenwagen, Sirene ertönt und einer wird beim Verlassen auf Level 14 transportiert. AM General, Hey, M, M, V, Wow, Humvee, sofortiger Stromausfall und Transportation zu Level 49. Hersey, sofortiger Tod, Charlotte Capris 1973 Classic, laute Motorgeräusche und widerliche Musik schreitet bis zum Verlassen des Fahrzeugs. Schwulenbus, das Lachen der Kinder ist hier zu hören, es wird empfohlen, dies zu vermeiden, das Mailaster zu neigen, in diesen zu lauern. Ice Cream Truck, Effekt unbekannt, besser vermeiden. Weißer 2018 Jeep, die Klimaanlage scheint sich zufällig an und aus, Temperaturen steigen zufällig, die Temperaturen ändern sich aus Laune heraus ohne Kontrolle. Es gibt keine bekannten Außenposten auf diesem Level. Und dieses Level kann durch das No-Klippen einer schwarzen Ziegelmauer in Level 34 erreicht werden. Dieser Eingang ist besonders schwierig. Man kann durch den Krankenwagen oder Humvee zu anderen Leveln gelangen oder einfach durch einen der vielen Ausgänge aussteigen. Dies wird jedoch nicht empfohlen, da der Ort, in dem die Ausgänge führen, nicht gut dokumentiert sind und zu besonders schwierigen Leveln führen können.